Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht's weiter mit dem 21. Kapitel. Oxford. Jenseits von Wurst und Käse. Dürfen wir Tiere essen? Ich wünsche euch viel Spaß. Stellen Sie sich vor, eines Tages landen fremde Wesen aus dem All auf unserem Planeten. Wesen wie in dem Hollywood-Spielfilm Independence Day. Sie sind unglaublich intelligent und dem Menschen weit überlegen. Da nicht immer ein todesmutiger US-Präsident im Kampfflugzeug zur Verfügung steht und diesmal kein verkanntes Genie die außerirdischen Computer mit irdischen Viren lahmlegt, haben die fremden Wesen die Menschheit in kürzester Zeit besiegt und eingesperrt. Eine beispiellose Terrorherrschaft beginnt. Die Außerirdischen benutzen die Menschen zu medizinischen Versuchen, fertigen Schuhe, Autositze und Lampenschirme aus ihrer Haut, verwerten ihre Haare, Knochen und Zähne. Außerdem essen sie die Menschen auf, besonders die Kinder und Babys. Sie schmecken ihnen am besten, denn sie sind so weich und ihr Fleisch ist so zart. Ein Mensch, den sie gerade für einen medizinischen Versuch aus dem Kerker holen, schreit die fremden Wesen an. Wie könnt ihr so etwas tun? Seht ihr nicht, dass wir Gefühle haben, dass ihr uns wehtut? Wie könnt ihr unsere Kinder wegnehmen, um sie zu töten und zu essen? Seht ihr nicht, wie wir leiden? Merkt ihr denn gar nicht, wie unvorstellbar grausam und barbarisch ihr seid? Habt ihr denn überhaupt kein Mitleid und keine Moral? Die Außerirdischen nicken. Ja, ja, sagt einer von ihnen. Es mag schon sein, dass wir ein bisschen grausam sind. Aber seht ihr, fährt er fort, wir sind euch eben überlegen. Wir sind intelligenter als ihr und vernünftiger. Wir können lauter Dinge, die ihr nicht könnt. Wir sind eine viel höhere Spezies, ein Dasein auf einer ganz anderen Stufe. Und deshalb dürfen wir alles mit euch machen, was wir wollen. Verglichen mit uns ist euer Leben kaum etwas wert. Außerdem, selbst wenn unser Verhalten nicht ganz in Ordnung sein sollte, eines steht trotzdem fest. Ihr schmeckt uns halt so gut. Peter Singer war ein nachdenklicher junger Mann. Als er im Herbst 1970 im großen Speisesaal der Universität Oxford saß und ein Rindersteak aß. Aber über fiktive Außerirdische und ihre mögliche Menschenfresserei hatte er sich noch nie Gedanken gemacht. Erst vor kurzem war er aus Australien nach England gekommen, um nach seinem Philosophiestudium in Melbourne das erste Mal selbst an einer Universität zu unterrichten. Schon als Jugendlicher hat er sich Singer für kaum etwas so sehr interessiert wie für Philosophie und für die Frage nach dem richtigen Leben. Seine Eltern stammten aus Wien. Und sie waren Juden. Die grausame Verfolgung der Juden in Deutschland und Österreich in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft hatte sie 1938 dazu gezwungen, das Land zu verlassen. Sie waren noch sehr junge Leute gewesen und flohen von Österreich nach Australien. Ihre eigenen Eltern aber, Peter Singers Großeltern, wurden von den Nationalsozialisten verhaftet und im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Singer hatte sein Studium sehr ernst genommen. Vor allem die Fragen der Ethik. Er wollte wissen, was gut und böse, was ein richtiges und ein falsches Leben ist. Als er im altehrwürdigen Speisesaal bei seinem Steak saß, bemerkte er, wie ein Student an seinem Tisch das Fleisch auf seinem Teller beiseite legte. Singer fragte den Studenten, er hieß Richard Cashen und wurde später Professor für Philosophie an der Cape Breton University in Kanada. Ob ihm das Essen nicht schmeckte? Richard antwortete ihm, dass er niemals Fleisch essen würde. Er sei Vegetarier, denn es sei völlig falsch, Tiere zu verspeisen. Singer war erstaunt über diese so entschiedene Haltung. Aber Richard forderte ihn auf, auch nur ein einziges gutes Argument zu nennen, warum es moralisch vertretbar sei, Tiere zu essen. Singer nahm sich Bedenkzeit. Am nächsten Tag wollten sie sich im Speisesaal wieder treffen. Und Singer wollte Richard einen guten Grund nennen, warum man Tiere essen dürfe. Dann aß er in aller Ruhe sein Rindersteak. Was er selbst nicht ahnte, es war das letzte Steak seines Lebens. Schon auf dem Weg von der Universität nach Hause fing Singer an zu überlegen. Sicher, die Menschen hatten zu aller Zeit Fleisch gegessen. Schon in der Urzeit hatten sie Auerochsen und Mammuts gejagt und ihr Fleisch verzehrt. Und später hatten Hirten und Bauern Schafe und Ziegen, Rinder und Schweine gezüchtet, um sie zu essen. Die Menschen der Vorzeit und auch viele Naturvölker hätten niemals überlebt, wenn sie sich nicht unter anderem auch von Fleisch ernährt hätten. Allerdings wurde ihm auch klar, dass die Gründe, die ihm eingefallen waren, ihn selbst gar nicht betrafen. Die Menschen der Vorzeit oder die Eskimos, die Robben jagen müssen, um zu überleben, sind kein Grund dafür, warum er, Peter Singer, Tiere essen durfte. Denn in einem Land wie England ist es völlig problemlos und gesundheitlich unbedenklich, sich ohne Fleisch zu ernähren. Singer überlegte weiter, dass Wölfe, Löwen und Krokodile schließlich auch Fleisch fressen. Sie scheren sich nicht darum, ob sie das tun dürfen oder nicht. Denn wenn sie kein Fleisch bekommen, müssen diese Tiere sterben. Singer wusste, dass er nicht sterben musste, wenn er kein Fleisch aß. Im Unterschied zu den Wölfen, Löwen und Krokodilen konnte er es sich also aussuchen, Tiere zu essen oder nicht. Dass er es sich aussuchen konnte, war etwas, das ihn von den Löwen unterschied. Er war den Löwen überlegen und auch den Rindern, den Schweinen und Hühnern, die er im Speisesaal in der Universität aß. Der Mensch ist schlauer als die Tiere. Er hat mehr Intelligenz, eine sehr ausgeklügelte Sprache, Vernunft und Verstand. Viele Philosophen in der Antike im Mittelalter und auch in der Neuzeit hatten gesagt, dies ist der Grund, warum man Tiere essen darf. Menschen sind vernünftig, Tiere sind unvernünftig, Menschen sind wertvoll und Tiere sind wertlos. Aber kann man wirklich sagen, dass intelligentes Leben grundsätzlich mehr wert ist als weniger intelligentes? Obwohl Singer die fiktive Geschichte von den Außerirdischen nicht kannte, regte sich in ihm die gleiche Empörung, die sich bei vielen Lesern dieser kleinen Fabel regt. Denn was für den unmoralischen Umgang der Außerirdischen mit den Menschen gilt, muss das nicht auch für das vergleichbare Verhältnis des Menschen zu den Tieren gelten? Eine überlegene Intelligenz ist kein moralischer Freibrief, tun und lassen zu können, was man will. Drei Jahre lang vertiefte Singer sich in das Thema, wie Menschen mit Tieren umgehen sollten. Im Jahr 1975 veröffentlichte er darüber ein Buch, Animal Liberation, die Befreiung der Tiere. Ein Bestseller, das Buch verkaufte sich über 500.000 Mal. Das wichtigste Kriterium für das Lebensrecht eines Lebewesens, so schrieb Singer, ist nicht Intelligenz, Vernunft oder Verstand. Ein neugeborener Säugling hat weniger Verstand als ein Schwein und trotzdem dürfen wir ihn nicht essen oder zu versuchen, für die Wirkung eines neuen Shampoos missbrauchen. Der entscheidende Grund, ein Lebewesen zu respektieren und ihm ein Lebensrecht zuzugestehen, ist seine Fähigkeit, sich zu freuen oder zu leiden. In diesem Punkt war Singer mit Bantam einig. Der bereits 1789 zur Zeit der Französischen Revolution geschrieben hatte, Der Tag wird kommen, an dem auch den übrigen lebenden Geschöpfen die Rechte gewährt werden, die man ihnen nur durch Tyrannei vorenthalten konnte. Eines Tages wird man erkennen, dass die Zahl der Beine, die Behaarung, der Haut unzureichende Gründe sind, ein empfindendes Lebewesen dem gleichen Schicksal zu überlassen. Aber welches andere Merkmal könnte eine unüberwindliche Grenzlinie sein? Ist es die Fähigkeit zu sprechen? Doch ein erwachsenes Pferd oder ein erwachsener Hund sind weitaus verständiger und mitteilsamer als ein Kind, das einen Tag, eine Woche oder sogar einen Monat alt ist. Doch selbst, wenn es nicht so wäre, was würde das ändern? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern können sie leiden? Singer übernahm Bamfams Utilitarismus. Glück ist gut und Leiden ist schlecht. Und das gilt nicht nur für Menschen, sondern für alle Lebewesen, die Glück und Leiden empfinden können. Denn als empfindungsfähige Wesen sind Tiere dem Menschen prinzipiell gleich. Und die Frage, ob der Mensch die anderen Tiere verspeisen darf, ist auf diese Weise leicht zu entscheiden. Federleicht wiegen die simplen Gaumenfreuden des Menschen gegenüber dem unsagbaren Leid der Tiere, Leib und Leben dafür hergeben zu müssen. Singers Buch über die Befreiung der Tiere von der Herrschaft des Menschen sorgte für viel Aufregung. Eine gesellschaftliche Bewegung entstand, die Tierrechtsbewegung in England, in den USA und auch in Deutschland. Das Ziel von Organisationen wie PETA oder Animal Peace geht weit über die Forderungen von herkömmlichen Tierschützern hinaus. Tierrechtler bekämpfen nicht nur Massentierhaltung, Pelztierfarmen und Tierquälerei. Sie stellen jeden Gebrauch von Tieren in Frage. Danach sollen Menschen weder Wurst noch Käse essen dürfen, noch Tiere im Zoo oder im Zirkus einsperren oder sie zu Tierversuchen benutzen. Stattdessen fordern sie das Recht der Tiere auf ein freies Leben und eine glückliche Entfaltung. So überzeugen Singers Ansichten auf den ersten Blick erscheinen, so heftig wurde ihnen allerdings von vielen Philosophen widersprochen. Denn wenn nicht Vernunft und Verstand oder die schlichte Zugehörigkeit zur Spezies Homo Sapiens die moralische Grenze bilden, sondern die Fähigkeit zu leiden, wo liegt diese Grenze genau? Schweine und Hühner können leiden. Darauf kann man sich leicht einigen. Ein Schwein schreit, wenn es gequält oder geschlachtet wird und auch ein Huhn gackert laut. Aber was ist zum Beispiel mit Fischen? Können Fische leiden? Nach neuesten Untersuchungen sieht es so aus, als ob Fische Schmerzen empfinden, obwohl sie diese nicht äußern können. Und was ist mit wirbellosen Lebewesen wie zum Beispiel Muscheln? Wir wissen viel zu wenig über das Schmerzempfinden von Muscheln, um darüber etwas zu sagen. Genau genommen wissen wir Menschen ja noch nicht einmal, inwieweit nicht auch Pflanzen leiden können. Ob der Salat wohl Schmerzen empfindet, wenn man ihn aus der Erde reißt? Das Empfinden von Schmerzen ist also keine klare Grenze und das Kriterium ist insofern problematisch, als uns die Bewusstseinszustände von Tieren nicht unmittelbar zugänglich sind. Im Kapitel über das Gehirn war die Rede davon, wie schwer sich die Wissenschaft schon mit subjektiven Erlebniszuständen bei Menschen tut. Wie viel schwieriger ist es da, Aussagen über Tiere zu machen? Im Jahr 1974, also genau in der Zeit, als Singer an seinem Buch über die Befreiung der Tiere schrieb, veröffentlichte Thomas Nagel, heute Professor an der New York University of Law, einen berühmt gewordenen Aufsatz mit dem Titel »Wie es ist, eine Fledermaus zu sein«. Nagel interessierte sich nicht besonders für Tiere. Die Pointe, auf die es ihm ankam, war, dass man sich gar keine Mühe geben bräuchte, sich in andere Lebewesen, zum Beispiel eine Fledermaus hineinzuversetzen, denn das sei schlichtweg unmöglich. Das Einzige, wozu man in der Lage sei, wäre sich auszumalen, wie man selbst sich fühlen würde, wenn man mit einem Echo-Ortungssystem durch die Nacht fliegen und Insekten jagen würde. Aber wer wüsste schon, wie viel dies mit den tatsächlichen Empfindungen der Fledermaus zu tun hat? Wahrscheinlich fast gar nichts. Bewusstsein, und darauf kam es nagel an, ist immer ein subjektives Erleben gebunden und damit für andere prinzipiell unzugänglich. Soweit, so richtig. Doch, dass es unmöglich ist, genau zu wissen, was in Tieren vor sich geht, ist natürlich kein grundsätzliches Argument gegen Singers Position, Tiere zu achten. Denn, dass wir das Innenleben auch unserer Mitmenschen nicht kennen, ist gemeinhin kein Grund dafür, dass wir sie quälen dürfen. Kein Gericht erlaubt Folter, Mord und Totschlag mit dem Hinweis darauf, der Täter hätte ja nicht ganz genau wissen können, wie sich das Opfer dabei fühlt. Wir unterstellen anderen Menschen einen komplexen Bewusstseinszustand, und das reicht, um sie zu achten. Bei Tieren dagegen neigen viele Wissenschaftler dazu, ihre Psyche rein biologisch zu erklären. Doch solche Modelle von Reiz und Reaktion sind problematisch. Geschieht das Täuschungsmanöver einer Meerkatze aus Instinkt oder ist Taktik im Spiel? Folgen die Rangordnungsspiele von Löwen einer Strategie oder einer momentanen Eingebung? Wer vermag dies mit Sicherheit zu sagen? Auch bei Menschen entsprechen die Begehren biologischen Bedürfnissen, etwa der Abneigung gegen Schmerzen oder sexuelle Gelüste, ohne dass wir sie nur darauf reduzieren. Aus welchem Grund sollte das, was uns davon abhält, menschliche Erlebnisqualitäten auf mechanische Funktionsmechanismen zu reduzieren, nicht auch für die Erforschung des Innenlebens von Tieren gelten? Natürlich tun wir gut daran, unsere Gefühle und Absichten nicht naiv in ihr Innenleben hinein zu projizieren. Doch es ist sicher ebenso naiv, vom krassen Gegenteil auszugehen und Tiere als rein funktionale Maschinen zu betrachten. Woher wissen wir, dass der tierische Spieltrieb tatsächlich nicht mehr ist als ein ausschließlich funktionaler Mechanismus? Sicher, die Sexualspiele der Affen mit ihren dazugehörigen Lustempfindungen lassen sich funktional gut erklären. Aber lassen sie sich deshalb nur funktional erklären? Schon die alten Chinesen wussten davon, dass es unmöglich ist, wirklich zu wissen, was Tiere empfinden. Aber sie kannten eine Möglichkeit, wie sie sich dem Innenleben von Tieren trotzdem nähern konnten, durch einen Analogieschluss. Davon erzählt folgende Anekdote. Meister Chuang-Tze wandert mit seinem Freund Hui-Tze über eine Brücke, die über den Fluss Hao führt. Chuang-Tze blickt ins Wasser und sagt zu seinem Freund, sieh, wie die schlanken Fische umherschnellen, so leicht und frei. Das ist die Freude der Fische. Du bist kein Fisch, sagt daraufhin Hui-Tze. Wie kannst du wissen, dass sich die Fische freuen? Du bist nicht ich, antwortet daraufhin Chuang-Tze. Wie kannst du wissen, dass ich nicht weiß, dass sich die Fische freuen? Auch die moderne Hirnforschung zieht solche Analogieschlüsse. Sie untersucht Reaktionsweisen in unserem Wirbeltier-Gehirn und sie vermutet, dass gleichartige Strukturen im Gehirn anderer Wirbeltiere mit vergleichbaren Erlebnisqualitäten verbunden sein könnten. Dabei überprüfen Hirnforscher nicht nur tatsächliche und mutmaßliche Übereinstimmungen. Sie versuchen auch herauszufinden, warum wir glauben, uns in manche Tiere besser hineinfühlen zu können als in andere. Wenn Menschen Delfine betrachten, assoziieren sie in der Mimik des Delfins sofort ein Lächeln. Unsere Spiegelneuronen arbeiten, weil wir glauben, die Mimik des Delfins zu verstehen. Fast alle Menschen finden Delfine sympathisch. Tiere mit fremden Gesichtern dagegen stimulieren bei uns keine Spiegelneuronen. Was wir nicht auf Bekanntes beziehen können, lässt unser Einfühlungsvermögen kalt. Bei Hunden glauben wir, uns in manches Verhalten hineinversetzen zu können. Wir mögen ihre Verspieltheit und deuten ihre Freude. Doch es gibt Grenzen. Zum Beispiel wissen wir nicht, sagt Giacomo Rizzolatti, was Bellen bedeutet. Also können wir es auch nicht spiegeln. Bellen zählt nicht zu unserem eigenen motorischen Repertoire. Menschen können zwar bellen, imitieren, einige von ihnen sogar sehr gut, doch wirklich begreifen, was bellen ist, können wir nicht. Selbst bei weiterem Fortschritt in der Hirnforschung bleibt uns das Innenleben von Tieren, also weithin unbekanntes Land. Umso bedenklicher ist es, dass wir dort gleichwohl ständig juristisch und philosophisch, aber auch im alltäglichen Sprachgebrauch mit holzhackerischer Sicherheit Grenzen ziehen. In Deutschland hat kein Tier moralische Anspruchsrechte darauf, gut behandelt zu werden. Juristisch gesehen stehen Schimpanse und Blattlaus näher beieinander als Mensch und Schimpanse. Für Menschen gelten das Grundgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch, für Schimpansen gilt nur das Tierschutzgesetz. Schutzbestimmungen, die sich Schimpansen auf gleicher Stufe mit Maulwürfen teilen. Eine Ethik, die die biologischen Tatsachen hinreichend berücksichtigt, kann darüber nur den Kopf schütteln. Zumindest sehr hoch entwickelte Wirbeltiere wie Affen oder Delfine sollten also nicht auf fahrlässige Art und Weise auf eine rechtlose Stufe gestellt werden. Für Peter Singer, wie für jeden Präferenzutilitaristen, ist Selbstbewusstsein das Kriterium, das ein Leben unbedingt schützenswert macht. Das ist ziemlich überzeugend, obgleich man einräumen muss, dass Selbstbewusstsein keine neurologisch sichere Kategorie ist. Ob ein Wesen über Selbstbewusstsein verfügt, lässt sich im Kernspintomographen nicht sehen. Manche Philosophen setzen Selbstbewusstsein mit einem Ich-Gefühl gleich. Von hier aus sprechen sie selbst Affen ein moralisch relevantes Selbstbewusstsein ab. Doch wie die Hirnforschung heute weiß, ist das mit dem Ich-Gefühl so eine Sache. Im Kapitel über das Ich war von vielen verschiedenen Ich-Zuständen die Rede. Einige davon, zum Beispiel das Körper-Ich, das Verortungs-Ich und das perspektivische Ich, dürften bei Affen kaum in Abrede stehen, ansonsten wären sie sozial hochgradig gestört. Manche Wirbeltiere verfügen damit ohne Zweifel über so etwas wie ein elementares Selbstbewusstsein. Doch wie hoch soll man dies moralisch einschätzen? Zum Beispiel bei Elefanten. Wenn einheimische Jäger in Afrika diese hochentwickelten und sensiblen Tiere töten, um deren Elfenbein zu verkaufen, darf man dann, wie es zum Beispiel in Kenia rechtens ist, diese Wilderer erschießen. Für Singer ist der Fall klar. Man darf es nicht, weil Menschen eine höher entwickelte Selbstbewusstsein haben als Elefanten. Doch was ist, wenn ein Mensch drei Elefanten tötet oder fünf oder zehn? Wenn dies Elefantenkühe sind, die trauernde Kälber hinterlassen, halb wahnsinnig vor Angst? Dann, so Singer, neigt sich die Waagschale zugunsten der Elefanten. Doch was ist mit den Angehörigen der Jäger? Man kann dieses Beispiel in allen erdenklichen Formen ausspinnen und wird es trotz aller Sorgfalt immer mit willkürlichen Abschätzungen zu tun haben. Der Utilitarismus kämpft hier mit den Unwägbarkeiten und unübersichtlichen Folgeketten, von denen er sich nicht befreien kann. Die größte Krux am Selbstbewusstsein als alleinigem Maßstab für den Lebenswert eines Lebewesens aber sind seine kontraintuitiven Konsequenzen, von denen im Kapitel über die Abtreibung die Rede war. Denn wenn es richtig ist, dass der Lebenswert eines Lebewesens davon abhängt, wie komplex seine Empfindungen und sein Verhalten sind, dann stehen Neugeborene und geistig sehr stark behinderte Menschen auf der gleichen oder sogar auf einer niedrigeren Stufe als zum Beispiel ein Schäferhund. Singer hat nicht im Sinn das Leben von Neugeborenen oder von geistig schwerstbehinderten Menschen abzuwerten. Er will nur die Tiere aufwerten. Die Lawine aber, die er damit losgetreten hat, ist groß. Für viele Vertreter von Behindertenverbänden ist Singer bis heute ein rotes Tuch. Für die Tierfrage wie für die Abtreibungsfrage gilt, dass Gerechtigkeit als alleiniger Maßstab zu kurz greift. Wie wir am Beispiel der Mutter, die instinktiv ihren Säugling einem Schäferhund vorzieht, erkennen können, sollten wir nicht versuchen, Intuitionen und Instinkte aus der Moralphilosophie herauszukürzen. Die Frage danach, was man mit Tieren tun darf, ist also nicht nur eine Frage von vernünftigen Überlegungen, sondern auch eine Frage von Instinkten. So ist es ein ganz natürlicher Instinkt des Menschen, dass er das Leben von Menschen anders bewertet als das von Tieren. Mit unseren moralischen Gefühlen ist es so, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Der Stein bildet Kreise. Im Ängsten dieser Kreise stehen unsere Eltern, Geschwister und Kinder und unsere besten Freunde. Im nächsten Kreis stehen unsere Bekannten und vielleicht sogar unser geliebtes Haustier. Dann kommen die Menschen im Allgemeinen und ganz außerhalb der Kreise stehen zumeist die Forellen und Brathähnchen. Diese moralischen Kreise lassen sich nicht beliebig ausdehnen. Aber die Tatsache, dass so viele essbare Tiere ganz außen vorbleiben, ist kein Naturgesetz, sondern heute zumeist eine Folge von Verdrängung und Manipulation. Bezieht man die menschlichen Gefühle in die eingangs gestellte Frage ein, dann lautet sie, ist es vertretbar, dass man Tiere isst, die man nicht eigenhändig töten könnte? Unsere Gefühle auf dem gegenwärtigen Stand der westlichen Zivilisation lassen es den meisten Menschen sehr schwer fallen, ein Schwein zu schlachten oder ein Kälbchen, selbst wenn man wüsste, wie man es macht. Bei Fischen dagegen finden sich schon viel mehr Menschen, die das Töten übers Herz bringen. Und Hühnereier zu töten macht nur sehr wenigen etwas aus. In früheren Zeiten dürfte den Menschen das Töten der Tiere leichter gefallen sein und Naturvölkern macht es in der Regel auch weniger aus. Aber Moral ist immer auch eine Frage der kulturellen Sensibilisierung. Sie ist weniger abhängig von einer abstrakten Definition des Menschseins als vom Empfindungsstand einer Gesellschaft. Und es ist durchaus anzunehmen, dass dieser Empfindungsstand in Westeuropa gegenwärtig einen vorläufigen Höhepunkt in der Entwicklung der Menschheit darstellt. Eben deshalb bedarf es heute auch der Täuschung der fleischverarbeitenden Industrie, eine Kalbsaxe möglichst nicht nach einem Kalb aussehen zu lassen. Unsere Intuition wird hier irregeleitet, das Verdrängen erleichtert. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben nur deshalb keinen Ekel und keine Scheu davor Fleisch zu essen, weil ihnen das Tierleid nicht unmittelbar vor Augen steht. Unsere Spiegelneuronen funken beim Gebrüll eines Kälbchens im Schlachthaus, aber sie bleiben untätig bei einem formverpackten Schnitzel. Die Frage, inwieweit man sich durch kluge Überlegungen vom Fleischessen abbringen lassen will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man vernünftig darüber nachdenkt, dann wird man wohl sagen müssen, dass die Argumente gegen das Fleischessen wahrscheinlich besser und einleuchtender sind als die Argumente, die dafür sprechen. Die utilitaristischen ebenso wie der Verweis auf die moralische Intuition. Ob man nun ganz auf das Steak, den Hamburger und das Brathähnchen verzichtet oder einfach nur etwas seltener als bisher Fleisch isst, hängt sehr davon ab, wie stark man sich selbst in dieser Frage sensibilisiert oder sensibilisieren lässt. Mit anderen Worten, ob wir sie zur Frage unserer Selbstachtung machen oder nicht. Ein weiterer Blick auf unser Selbstverständnis gegenüber unseren Haarigen Verbanden soll diesen Denkprozess zusätzlich anregen. Kapitel 22 Der Affe im Kulturwald Wie sollen wir mit Menschenaffen umgehen? Danke fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen und meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten mal. Kommió